Deutsch lernen 50 Sätze mit dem Konnektor bevor Teil 2 Bevor ich das Restaurant verlasse, zahle ich meine Rechnung. Ich bezahle meine Rechnung, bevor ich das Restaurant verlasse. Bevor ich das neue Spiel spiele, lese ich die Spielanleitung. Ich lese die Spielanleitung, bevor ich das neue Spiel spiele. Bevor ich die Nachricht abschicke, überlege ich mir, was ich sagen möchte. Ich überlege mir, was ich sagen möchte, bevor ich die Nachricht abschicke. Bevor ich die Straße überquere, warte ich auf das grüne Signal. Ich warte auf das grüne Signal, bevor ich die Straße überquere. Bevor ich meine Zähne putze, nehme ich mir Zeit, um zu gurgeln. Ich nehme mir Zeit, um zu gurgeln, bevor ich meine Zähne putze. Bevor ich den Laptop herunterfahre, speichere ich meine Dateien. Ich speichere meine Dateien, bevor ich den Laptop herunterfahre. Bevor ich das neue Spielzeug kaufe, prüfe ich die Sicherheitsvorkehrungen. Ich prüfe die Sicherheitsvorkehrungen, bevor ich das neue Spielzeug kaufe. Bevor ich mich melde, lese ich die Nutzungsbedingungen. Ich lese die Nutzungsbedingungen, bevor ich mich melde. Bevor ich die Wanderung beginne, esse ich ein leichtes Frühstück. Ich esse ein leichtes Frühstück, bevor ich die Wanderung beginne. Bevor ich die Medizin einnehme, lese ich den Beipackzettel. Ich lese den Beipackzettel, bevor ich die Medizin einnehme. Bevor ich die Präsentation halte, übe ich meinen Vortrag mehrmals. Ich übe meinen Vortrag mehrmals, bevor ich die Präsentation halte. Bevor ich den Raum verlasse, schalte ich das Licht aus. Ich schalte das Licht aus, bevor ich den Raum verlasse. Bevor ich den Brief öffne, schüttle ich ihn vorsichtig. Ich schüttle den Brief vorsichtig, bevor ich ihn öffne. Bevor ich das Puzzle löse, sortiere ich die Teile nach Farben. Ich sortiere die Teile nach Farben, bevor ich das Puzzle löse. Bevor ich die Entscheidung treffe, höre ich mir die Ratschläge meiner Freunde an. Ich höre mir die Ratschläge meiner Freunde an, bevor ich die Entscheidung treffe. Bevor ich das Meeting beginne, stelle ich alle Präsentationsmaterialien bereit. Ich stelle alle Präsentationsmaterialien bereit, bevor ich das Meeting beginne. Bevor ich den Tee trinke, lasse ich ihn ziehen. Ich lasse den Tee ziehen, bevor ich ihn trinke. Bevor ich die Blumen gieße, prüfe ich den Feuchtigkeitsgrad der Erde. Ich prüfe den Feuchtigkeitsgrad der Erde, bevor ich die Blumen gieße. Bevor ich mich an den Computer setze, lege ich meine Brille auf. Ich lege meine Brille auf, bevor ich mich an den Computer setze. Bevor ich die Reparatur durchführe, überprüfe ich den Schaden genau. Ich überprüfe den Schaden genau, bevor ich die Reparatur durchführe. Bevor ich mich ans Steuer setze, stelle ich meinen Sitz richtig ein. Ich stelle meinen Sitz richtig ein, bevor ich mich ans Steuer setze. Bevor ich die Anleitung lese, versuche ich es selbst herauszufinden. Ich versuche es selbst herauszufinden, bevor ich die Anleitung lese. Bevor ich das Spiel starte, lade ich meinen Spielstand. Ich lade meinen Spielstand, bevor ich das Spiel starte. Bevor ich den Vertrag unterschreibe, prüfe ich die Bedingungen. Ich prüfe die Bedingungen, bevor ich den Vertrag unterschreibe. Bevor ich die Äpfel esse, wasche ich sie gründlich. Ich wasche die Äpfel gründlich, bevor ich sie esse.